hallo liebe zuschauerinnen und zuschauer herzlich willkommen zu einem kleinen unboxing ich habe mir nämlich etwas ganz besonderes bestellt eine sekunde wir haben es nämlich so und zwar die so die nino kuni 2 king edition ich habe ja nino kuni 2 habe ich schon als lp angefangen und ich habe echt mega spaß dabei und da wollte ich unbedingt die kings edition haben und ich dachte das bietet sich doch perfekt um mal ein unboxing video zu machen mein allererstes unboxing video jetzt obwohl ich eigentlich schon früher gelegenheit gehabt hätte unboxing videos zu machen wie zum beispiel für die dark souls 3 collectors edition die dark souls 2 collectors edition und was weiß ich was ich noch alles habe also gehen wir direkt mal zum auspacken so fangen wir mal an uns anzusehen was das alles drin ist ich habe ich habe nur eine kleine webcam aktuell ich habe jetzt den bildschirm etwas höher gestellt und die webcam etwas runter gedreht und ich hoffe dass dass man trotzdem einigermaßen gut sieht ich bin jetzt nicht wirklich auf ein unboxing vorbereitet gewesen deswegen verschiebe ich jetzt auch noch mal das mikro weil das im weg war so ich habe mich darauf einfach nicht vorbereitet ich habe ja nicht das equipment dafür na gut fangen wir mal an auszupacken was das so drin ist mit meinem schönen spezialmesser ja so sehen wir mal nach komm da sehr schön ist auch noch mal das ging noch gut alles klar noch gar nicht anscheinend mal sehen sind wir verschlossen ja hier unten ist in der tat noch verschlossen da da und hier hinten sehr schön so ich richte das mal ein bisschen mehr zu euch so sehr schön okay das erste teil ist weg jetzt sehen wir mal hier wird den deckel an und was der geht lange hoch so sehr schön fangen wir direkt mal an was haben wir hier ganz oben drauf liegen das ist so das richtet sich tatsächlich komplett auf kann man sehen ich hätte die kamera ein bisschen größer machen soll so man ich kann das kamer bild allgemein nicht größer machen und was war das genau hier so das wird jetzt nicht ordentlich da raus kommen aber das scheint ja jetzt haben wir es doch so und zwar eine schallplatte mit allen soundtracks von nino kuni 2 habe ich schon auf der verwahrung muss ich das einhalten muss das weiter weg halten jetzt ist die box ist einfach zu groß so packen wir das mal ordentlich wieder ein packen wir das gleich einlegen wir das erstmal an die seite hier ist einfach kein platz gerade ich lege das hier unten auf den deckel das kommt an die seite das kommt auch an die seite das kommt auch rüber so man sieht schon super vorbereitet bin ich ich packe das mal hier rüber und packe die dann so einzeln aus das nächste das wir hier haben ist nämlich der art of nino kuni 2 revenant kingdom nehmen wir mal einen kurzen Blick rein sehr schön langfragen können wir auch noch den habe ich ja auch schon besiegt mittlerweile keine Ahnung was das ist also ein artbook dieses tracks wie daran erinnere ich mich noch oh man so bis jetzt ist das ich muss sagen das sieht das ist echt geil so jetzt hole ich das nochmal hier nach hier vorne so was haben wir denn hier ähm wir haben hier ein band ich zieh mal kurz daran wo komme ich das dann hier raus so das haben wir hier dann schönes so ich bin echt ein ungeduldiger auspacker ich habe dafür überhaupt gar keine geduld so jetzt bin ich mal gespannt was das ist aha ja was haben wir denn hier oh ich glaube das ist Moment wie geht es auf da sehr schön okay das kommt auch erstmal an die seite ups das war laut das sieht echt schön aus Moment eine musikbox das ist echt sehr schön okay was haben wir denn noch da drin ich stelle die mal ich stelle die mal hier so hin ja so jetzt kommen wir wieder mal zur großen box hier rechts muss ich auch mal ein band ziehen das allererste das wir hier haben ah digitaler download genau für den steam download ist das so jetzt kommt mal wieder da rein was haben wir hier das steelbook ich muss mal kurz auf sehr schön Moment das kann ich ja noch mal rausholen das kann ich auch noch mal zeigen Sekunde hier sind nämlich noch extra schöne postkarten dabei wenn man sehen kann drei stück insgesamt das gefällt mir echt gut also ich weiß nicht was ich groß sagen soll das ist mein erstes unboxing ich habe ich habe das nicht wirklich vorgeplant deswegen habe ich keine ahnung so ist noch irgendwas hier drin oder war es das jetzt hier rechts sieht das noch so ein bisschen komisch geformt aus aber ich glaube das war es jetzt ich glaube wir sind durch schätze ich mal Moment ich kann ja mal kurz gucken ich glaube hier auf diesen auf dem einen ding hier das steht ja drauf was das so alles enthalten wäre mal kurz drauf sehen ja wir haben alles so so hier haben wir noch mal alles beisammen das dabei war der digitale Download Steelbook Disc die Spieluhr die mir besonders gut gefällt wirklich ich mag so Spieluhren das Artbook und hier die Schallplatte genau jetzt wollte mir das Wort nicht einfallen so das war ein ein relativ kurzes Unboxing glaube ich ich weiß nicht wie lange ich jetzt aufgenommen habe auf jeden Fall dachte ich das ist wirklich was tolles das kann ich ja mal als als Unboxing Video machen ich hoffe es hat euch gefallen war auf jeden Fall interessant und ja ich würde sagen ich verabschiede mich dann und wir sehen uns in einem normalen Let's Play wieder was ich normalerweise auf dem Kanal mache ich weiß nicht ob es noch ein weiteres Unboxing irgendwann mal geben wird kommt drauf an was so für Spiele Collectors Edition und sowas rauskommen vielleicht bekommt ja Dark Souls Remastered eine schöne Collectors Edition da würde ich dazu auch ein Unboxing machen ansonsten war es das jetzt dann bis zum nächsten Mal und vergesst nicht mal in mein Let's Play von Ni No Kuni 2 reinzuschauen wirklich toll das Spiel hat mich echt unfassbar gepackt ich liebe es einfach es ist ich weiß nicht von der Story her hat mir der erste Teil hat mich der erste Teil zu Anfang ein bisschen mehr berührt der zweite bis jetzt noch nicht ganz so ganz so sehr aber vom Gameplay her vom Gefühl und allgemein vom Design der zweite Teil ist einfach wunderschön wunderbar geworden und ja ich hoffe wir sehen uns dann in wir sehen uns dann in irgendeinem anderen Video hier wieder falls ihr euch noch eins anseht ich hoffe es dass ihr euch noch eins ansehen werdet bei mir und ich verabschiede mich bis dann bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020